Große Gefühle und ein zartes Versprechen, mit romantischen Zukunftsaussichten verabschiedeten sich Gerfried und Kandidatin Angelika bei Bauer sucht Frau International aus der gemeinsamen Hofwoche. Doch dann ließ der Forstwirt im großen Finale die Liebesbombe platzen. Der Funke war erloschen. Warum? Unklar. Jetzt meldet sich seine Hofdame.Ich hab mich verliebt, gestand Gerfried, 51, nach dem ersten Kuss im Heißluftballon. Wunschlos glücklich sei sie, beteuerte Angelika, 31. Doch im Finale von Bauer sucht Frau International war der Liebestraum plötzlich aus. Ich bin wieder Single, platzte der Österreicher mit dem Unerwarteten heraus. Eine Erklärung? Fehlanzeige. Lediglich folgende Information, Angelika und ich haben uns kurz noch getroffen, und ich war bei ihr einmal, aber es hat nicht gepasst zwischen uns zweien. Punkt Bauer sucht Frau International. Gute Herzen, aber kein Happy End. Doch jetzt packt die Hofdame aus. Angelika meldet sich auf Instagram, bricht ihr Schweigen. Wo die Dreharbeiten ausgestrahlt worden sind, haben wir noch Kontakt gehabt, haben telefoniert und haben gefragt, wie geht's dir dabei, wenn du das so siehst im Fernsehen? Der Gerfried und ich, wir wissen, wie wir sind. Er weiß, dass ich ein gutes Herz hab, ich weiß, dass er ein gutes Herz hat, wir sind beide liebevoll. Es hat einfach nicht so harmoniert. Gibt sie zu Punkt war Angelikas Kinderwunsch der Grund fürs Lieb-Esaus? Zumindest in ihrer Wortwahl sind sich der Forstwirt und seine Landsfrau einig. Doch Fans spekulierten schon, ob ein wichtiges Thema eine gemeinsame Zukunft der beiden verhindert haben könnte. Während Gerfried durch eine Vasektomie bereits mit seiner persönlichen Familienplanung abgeschlossen hat, könnte sich die alleinerziehende Mutter einer 6-Jährigen durchaus noch weiteren Nachwuchs vorstellen. Angelika hatte erst im Einzelgespräch von Gerfrieds Sterilisation erfahren. Ein Schock! Vasektomie kann man auch rückgängig machen, stellte sie irritiert fest. Doch diese Möglichkeit scheint für den Forstwirt keine Alternative mehr zu sein. Das war er sicher.